Herzlich Willkommen wieder, liebe Leute, zu Rayman Legends. Heute haben wir den Back to Origins. Schauen wir mal in den älteren Bereich, sag ich mal. Und wir spielen mit dem Witzigen da. Es ist schon einiges frei. Und ja, schauen wir mal, vielleicht machen wir da immer eine Welt oder so. Ich weiß nicht, wie lang es jetzt wirklich geht, das muss ich auch sagen. Und ja, aber das wird auf jeden Fall geil. Das kann ja ich sicher sagen. Okay, das geht weiter vielleicht. Oh, 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 oh. Ich meine, das ist ein Totenkopf, also, das ist easy, ne? Ah, ich weiß nicht, genau, über die Origins ... ... ... ... Ow! Ooooooh! Ooooooh! Odi, Odi, Odi. Einfach herrlich, Leute. Einfach herrlich. Und ein paar hat öftern schon. Also, und ihr wisst ja, wer weiß wann wie was kommt. Ich weiß es nicht besser. No. Oh. Hey. Okay. Okay. Eh, schon 6 Monate. Cool. Ah, danke übrigens, ja. Ich hab stark. Oh nein. Ein paar Letzen verpasst. Na ja. Hätt ich schauen sollen, ja. Zu spät. Nostalgie, Trophäe erhalten, stark. Ah, ich glaub, das ist cool, oder? Jo. Jo. Außer kann man einfach häuten, ok? Jo. Herrlich, Leuna. Herrlich, oder? Herrlich, oder? Herrlich, oder? Oh ja, ein Psalm, komm her. Ja. Nooooo. Ohohoh! Okay. Ohohoh! 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 He, ist doch gut genug, ne? He, ist doch gut genug. Ja? Ich hab' immer noch mal auf. Erєtlich, oder? Ah, ich verließe. Ja nice, eh nur 300 oder? Achso, ja easy. Stark, aber gut man braucht sie eh, also ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Oh! Das habe ich jetzt nicht gedacht, ja? Okay! Okay! Ja und sonst, wie geht es euch so? Ich wüsste, das wird mehr ein einfach ein chilliges Projekt. Da reden wir einfach mal über nichts anderes. Das ist einfach cool, ja? Nice! Ja! Ja! Aber Daira ist ja echt fies! Das ist immer so zusammen. Ja! 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 Ich sag euch, die Origins selber gibts noch richtig geile! Ja! Also so aus Walkthrough nembareist das sicher scheinen zu anschauen. Auch chilli genießen! Ja! Hm hm hm! Ah, das ist cool, das Run Tiger, das Libia, Big Sock. Also, die Schatzkarte, äh, den Schatz. Eigentlich schon immer, ne? Aber für die Quote, ne? So, das sind auch kleine dann. Okay, da habe ich nicht... Hä? Oha, da kann ich da noch gar nicht rum. Ach so, Glückslose brauche ich da. Äh, das ist ja fies. Ah, okay. Also, will ich gar nicht sehen von lauter. Ach so, das ist mir die Glückslose abhängig. Aber die ist ja doof. Noch. Hallo? So, jetzt haben wir die 100 mehr. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich jetzt ein Glückslose. Oha, oder habe ich es vielleicht schon. Sonst machen wir einfach in Origins die Level, die schon da sind, ja? Das wäre halt jetzt ein bisschen cooler Zufall. Ich habe schon eine gekuhlt, ne? Also, es bringt... Sonst müssen wir in eine andere, äh, eine andere Welt. Ist ja egal. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und es geht schon auf. Na, natürlich nicht. Dann müssen wir in eine andere, es wird nicht helfen, ne? Weil wir... Ja, euch auch ein bisschen was bieten, ne? Und dann... Dann, Desert... Apple Origins. Ah, ah, die ist schön, ja. Dü-dü-dü... Dü-dü... Dü-dü... Die Welt. Leute, genießt es. Ich zeig es euch nur im Guten, ja? Ich zeig es euch. Ich hab nur gar nichts gekriegt, guck mal ein bisschen komisch vor. Hm, naja, wird vielleicht passen. Oh! Oh! Mmh! Das ist so... ooooh! Ja! Uuuuuhh! Nee. Schade? Das war's. Ich muss die Geräusche mitmachen, es tut mir leid. Kennt ihr Lookslike Link? Dann wisst ihr, was ich meine, da bin ich ja heimlos. Aber den fahre ich übrigens auch, aber da habe ich schon lange mal geschaut, siehst du? Da fahre ich mir gerade ein, jetzt wo ich gerade so in meiner Spiele-Bubble bin. Oh no. Und ja, also Diana ist auch ein bisschen die Ruhephase. Und ja, auch die Ruhephase. Ja, herrlich. Ja, geil. Schau mal, hab ich jetzt schon 600. Oh, da hab ich schon so viele Gegner. Ah, so. oh ist das cool, ist das liebevoller, da könnte er sagen was er wollte, das ist super am ende gibt es immer einen, das ist glaube ich immer, ja ok, also das wollen wir jetzt auch nicht sicher ich habe ja 700 oder so, was ja, boah m-m-m, m-m, m-m oh, ne Melodie Tückische Winde. Donkey Kong Country, Leica, ein bisschen. Uns hat es überrascht mit dem Projekt, ich glaube schon. Es geht nicht aus. Das war verdächtig, ja. Ich mein, was jetzt nicht, mittlerweile, ne? Ich glaub, bei den Origins kann man leichter die 600 kriegen, oder nicht? Ich weiß es echt mehr, aber noch was. Ich glaub, wie gut man halt dann auch schön ist, oder? Auf jeden Fall wichtig ist halt, dass man... Ach so, das ist wieder zum Fliegen, ups. Ähm, ja, wie geschickt man halt dann eins, ne? Au! Du, 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 du... Fühlt noch recht früh, wa? Also, für die, ne? Was ist da? Wo denn? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Hm. Oh, der war super versteckt, find ich. Ich muss grad sagen, bitte nicht sterben. Man kann da aber auch leicht reinfliegen, muss ich sagen. Also, das soll jetzt immer wieder aus Pause drucken, das hilft halt, ne? Aber wir müssen auch vorkommen, dass ein bisschen lang keiner kommen ist. Also... Gut vermutet dann, ne? Genau. Hm 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 hm. Verdächtig! Ja, easy, ne? Easy Snack, Leute! Lägg! 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 Die Melodie, Leute! Ich könnte ein echtes Rennen. Das ist, ich weiß nicht, eine andere Welt für mich. Total. Und ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Nein, man kennt es einfach irgendwoher. Also, weil das jetzt das erste Mal gespielt habe, wirklich immer noch. Ich kenne es so, wisst ihr? Ja, klingt jetzt alles wieder, ne? Einfach unbeschreiblich. Ja. Das war's. Also wenn man da wirklich in der Stille ist, in seinem eigenen Ding einfach, eigenen Leben, was auch immer, dann ist das einfach ein Traum. Deswegen, wie gesagt, ich würde euch das gar nicht zu sehr wegnehmen. Und egal welche Aufrufe, dass ich es kriege, ich mache weiter. Es ist einfach schön, es ist höchste Zeit. Ah, mit der Schlange. Oh, das war ein fieses, glaube ich, gell? Ein fieses Lever. Glaub ich. Auf jeden Fall sind die Lever für ruhiger, geduldiger. Nein, das ist für mich eh schon ein bisschen so eine Sache. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Mhm. Uh-huh. Nassiste. Hinten wieder mit der Ruhe das machen, kann er helfen. Na? Klar. Mh. Das sagt er ja. 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 Das war's für heute. Gut, das war aber offensichtlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich darf mich da nicht zu sehr hetzen lassen. Das ist sicher extra, dass man sie beeilen will. Ja, schon mal ein schlechter war. Ich finde es gar nicht leicht, ehrlich. Also ehrlich. Also ehrlich jetzt, ne? Ach naja, und dann nochmal alles. Ich dachte, da wird's echt überhaupt kein Bock, ne? Naja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! Oh! Please. Och Mann. Das ist aber echt schwer, habe ich gerade wieder gemerkt. Und der letzte, wa? Ja. Also man merkt aber auch, man muss viel schön einsammeln auch, ne? Ja. So, na gut. Dann würde ich sagen, danke liebe Leute, gerne bei Wertungen und Abo, dann kommentare bei Interesse. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann habt ihr es zu tun. Wird mir auf jeden Fall freuen. Euer Badl. Tschüss. 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 Tschüss.